Aha! Aber wenn schiebt, dann hat immerhin keine Kussiert. Und noch im Boot. Das ist ein Fuss. Das ist ein Fuss. Das liegt mit dem Fuss. Wir haben jetzt gesagt, wir haben noch rausgebracht. Und haben gesagt, wie das war, wenn man in der Runde kommt. Und dann kommt die Runde raus. Und dann kommt die Runde raus. Die Runde raus. Die Runde raus. Ja. Da ist genau so wie ich. Das kann ich schon packen. Ja. Das ist genauso wie ich. Ich bin ein Handgefahr. Schon? Okay, der wird doch nicht wieder als Salat. Und dann ist es ein Salat. Gar nicht. Ich kann aber, kein Leckeres. Ich kann aber, kein Leckeres. Schau mal. Schau mal. Einfach das Auto mit dem B-J-Bremsen. Zurück zu der Züge. Das ist ein bisschen schlecht. Das ist ein bisschen schlecht. Das ist ein bisschen schlecht. Alles gut. Ja, klar. Ja, klar, wir werden ja immer so gestoppt. Dann geht fast, ne? Mh, mh. Das ist schon ein bisschen schlecht. Ach so, ja. Das ist ein bisschen schlecht. Aber ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Wenn ich ein Beginner war, da war mir dann auch ein bisschen, da war mir dann geschlossen. Christine und Lilly, toll gelaufen. Ich habe hier vorhin Doppelkommando am Anfang, aber danach war alles sehr, sehr schön. Glückwunsch.